Und? Was hat Rory gewollt? Er war nicht da. Was? Ich, äh, ich hab Campbell getroffen. Du hast Campbell getroffen? Um zwei Uhr morgens? Emily. Hat er irgendwas versucht? Nein. Nein, er hat nichts. Wenn er dich angefasst. Nein, er hat mich nicht angefasst, Luke. Okay, na dann, sag mir, was zum Teufel hier abgeht. Er befördert mich zur PM. Ich, ich übernehme für Quinn. Okay. Gratuliere. Das ist Wahnsinn. Es tut mir leid. Wieso denn? Nicht muss es... Komm schon. Ich freu mich total für dich. Okay? Okay. Okay.